jo leute und herzlich willkommen zu einem weiteren video hier auf meinem kanal und heute lösen wir auch schon das giveaway vom oktober es waren ja drei ak red lines zu gewinnen hier eine von den dreien sind alle drei viel testet und es gibt drei gewinner jeder gewinnt halt eine von den drei dass das noch mal gleich gut wie gesagt gewinner werden dadurch gezogen dass ihr halt unter diesem teilnehmer video sag ich mal hier kommentiert oder spam zu desto mehr ihr desto mehr kommentare spam des so viel ist dann halt auch eure gewinn chance deswegen wenn wir nicht gewinnen und mehr ist jetzt halt mehr kommentiert so dann lasst auch gleich mal die drei gewinner ziehen der erste ist der zweite ist nee du nicht du hast schon gewonnen der merkt man gleich der hat etwas wie wir auf der kommentiert 483 kommentare sind schon mal von ihm also fabian jansen bekommt die zweite red line wer hat 100 kommentare da gelassen und die dritte ak geht raus an den splatter freak 3 mit 6 664 ok gut also geiles video macht weiter so irgendwann hast du mehr abonnenten weil du hast mir verdient und geile sache dankeschön ich denke auch gleich mal gibt es an euch drei und für den rest jeweils hat auch jetzt nicht gewonnen haben würde ich noch mal sagen ja also november ist auch bald wieder und im dezember kommt wieder mein adventskalender also da kommt noch einiges auf euch zu und gewinnen und ja also an die gewinnern ich werde euch die ich werde euch hier unter einem kommentar antworten und ihr müsst mir dann einfach nur noch mit euren trading antworten und dann sind die akars die red lines dann auch schon morgen in eurem inventar so das war es dann eigentlich auch schon mit dem video jemand dauer nach oben würde ich mich freuen über ein abo auch damit ihr keine weiteren videos mehr von mir verpasst oder generell videos dann sage ich auch ciao bis zum nächsten mal euer alex